Ah, hier, unsere Toiton-Ellen. Da haben wir schon den ganzen Tag drauf gewollt, ganz ehrlich. Eine Achtelfinale, das ist schon doll. Und ich dachte, anfangs immer noch Frauenfußball seien wie Pferderinnen mit Is. Eben nicht. Aktuell können wir froh sein, dass wir unsere Zaubermäuse haben. Bei den ganzen Scheißen, die die männlichen Ballträter der Vergangenheit verzapft haben. Von daher sind unsere Fußballerinnen aktuell wie Trümmerfrauen in Sportklammern. Auch wenn viele Frauen den Trainerstab aktuell noch für den Vibrator halten. Apropos Trainer, mit dem würde ich ja persönlich gerne mal tauschen. Weil als Trainer im Frauenfußball, da musst du dich ja fühlen wie ein Kleinkind im Bällebad von Ikea. Ich freue mich jetzt schon auf den Abpfiff. Das Beste beim Frauenfußball ist der Trikotausch.